dorthin muss das alles besuch haben ja wahrscheinlich eher weniger ja in zauber sprüche hierbei helfen könnte ja 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 Alter, Verwalter, ey. Das geht dir aber gut ab jetzt gerade so ein bisschen. So, das ist natürlich auch eine gewesen. Da ist eine! Das Gefühl fangt es an. So schwer sind die gar nicht Rätsel. Das nächste Symbol könnte verstärkt sein. Oh, hinter dem Felsen, da ist das Symbol. Incentrum. Äh. Ähm. 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 Da versuch was einfach, ne? Okay, schauen wir nicht. Wie zur Hölle? Wie zur Hölle muss das da hingehen? Nehmen wir es so, als war ich in den Fels, das war da oben, jetzt habe ich das nicht gesehen. Warte, wo zur Hölle geraten wir hier eigentlich immer wieder rein? Ja. Ich komme mit. Ähm. Nur so nebenbei, habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht so ganz begeistert bin, gerade von Spinnen. Also ich habe jetzt keine Arachnophobie, aber das muss nicht sein. Gut, dass Jackdor da nicht runtergefallen ist. So. So geil. Ah. Gut. So doof ist es, das war gar nicht. Jao. 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 Ich habe heute keinen Platzgeschicht mit. aber es gibt keine spur von ihm das frage ich mich auch gerade weil er sein könnte mit sicherheit würde ich was wetten dass wir das sind bestimmt noch mal auf den boss treffen da geht es nicht weiter dauert ich bin nicht passiert ist aber ich könnte auch mal hier hier ich bin froh dass wir etwas hinterlassen hat und wir waren die anzug so ausrüstung kommen wir mal da was wir haben damit irgendwas tolles ich bin noch nie so gut in der verteidigung jetzt will ich doch mal offensiv ein bisschen was voller auf die noch gesperrt wenn wir noch ein level haben inventar ja das brauchen wir auf jeden fall sammlung das sind alles mehrere kreuzspin boote kreuzspin stüpfling kreuzspin schütze so haben wir hier noch ja weiter geht's wie ich jetzt so wie darf ja noch was anderes hier geht's weiter und auch nicht hier hier Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geh dich! und jetzt war der wunderschöne 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 das geht nicht lang hmm Oh. Hä? Ist das Blögelot? Okay. Ja, wir haben Tränke abwarten. Hier müssen wir weitermachen. Eine unberührte Truhe? Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Wir haben auf jeden Fall eine... Ich habe aber sonst nichts, was ich sagen könnte. Ist er da lang, oder was? Da ist sie, die Brücke. Ja. Ja, geil. Okay. 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 oha alter verwerber das wurde aber knapp oder auch nicht ich gebe ich auf den zicke schätze ich habe nichts mehr allerdings dass ich mich nicht hängen dass ich jetzt alles noch mal machen muss jedenfalls ist es richtig gewesen da ist sie die brücke sie ist fast fertig der ist jetzt zwei oder was Das ist nicht wahr, die Missfieger gehen mir. What the fuck, Alter, wie soll ich das denn hinkriegen? Ich versuche was an der nächsten Folgennummer. Oh, no. Untertitelung des ZDF, 2020